So, hallo, wir machen weiter bei Kirby und das Vergessene Land. Letztes Mal sind wir Auto gefahren und ich gehe mal davon aus, dass das hier noch ein Level ist. Und das hier weiß ich nicht, das fühlt sich irgendwie komisch an. Also irgendwo wird noch, oder ist das schon das vorletzte Level und dann kommt schon das Endlevel? Ich glaube es irgendwie nicht. Ach, wahrscheinlich überall da, wo es dunkel wird. Ne, ah doch, das hier wird noch ein Level. Ja doch, das wird noch ein Level. Ich habe es verstanden. Überall da, wo es dunkel wird dann, ist das ein Level. Okay, wir gehen jedenfalls erstmal ins Horrorhaus. Ich bin mal gespannt, wie Horror, wie Horror, wie Horror? Was ist das Adjektiv zu Horror? Wie gruselig, ja. Wie gruselig das Ganze wird. Oh, aber, ey, das allein. Ey, alleine der, oh mein Gott. Alleine so einen Einstieg. So was liebe ich ja, ne. Wo man so läuft und man denkt, dass sich das alles irgendwie so, oh, das sieht. Ey, ich will da selber durchlaufen. Lass mich da selber durchlaufen. Bitte ohne Gegner, aber. Okay, eigene Musik. Aber hier ist doch schon was. Hier kann ich doch schon rüber. Oder auch nicht. Okay, die gehen auch nicht kaputt. Ja, wie gesagt. Ohne Gegner würde ich da durchlaufen. Also ohne Dinge, die mich töten wollen. Kann ich hier durch? Rüber? Ist da irgendwas? Nein? Nein, okay, schade. Nehmen wir mal den Kollegen. Können wir denken, dass das hier sinnvoller ist. Oh mein Gott, ich hab nicht. Ach, die fallen rund. Ah, okay. Geschickt aufgebaut. Hier ist was hinter. Hier ist was hinter. Aber war nur ein Essen. Ah, aber. Okay, ist drei Snacks, die von Geistern versteckt wurden. Gehört zu einer Mission. Sehr schön. Okay, da kommt jetzt irgendwo irgendwas raus. Genau, aber hier kann ich stehen bleiben. Ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es auch eine Mission, wo man alle runterschmeißen muss, aber die kommen ja sofort wieder. Dann kann das nicht sein. Hier rüber kann ich auch nirgends, ne? Ne, da hat es einfach auf. Okay. No, ich schaff's nicht mehr zurück. Ripp. Lol, er geht mit. So kann man den Hasen auch loswerden. Ja, schöne Idee. Hier kann ich rein, das sehe ich. Ach, ne, scheiße. Kommt es nochmal? Ich habe zu spät gesehen, was das ist. Kommt es nochmal oder habe ich nur eine Chance? Kann es bitte nochmal kommen? Okay. Ja, da kann ich jetzt neu starten. Ah, ne, aber nicht so. Nicht so, so verliere ich Münzen. Ah, das ist ja dumm, wenn man das nicht schnell genug checkt. Dann hat man nur eine Möglichkeit, eine Chance. So, jetzt aber. Ja, ja, hör auf zu piepen. Ja. So, erst mal das Essen holen. So, und diesmal aber richtig. Ach, man kann da dran vorbeilauen. Das ist ja auch witzig. So, diesmal aber richtig treffen. Okay. Ärgerlich, dass das nur wirklich einmal geht. Aber gut. Kann ich das eigentlich zweimal essen? Like. Schaffe ich es, das so abzulegen, dass ich beide essen kann? Oder priorisiert ihr immer irgendeine Kugel? Ah, sehr gut. Okay, ich kann zur Glühbirne werden. Und weiter geht's auch vorher scheinbar nicht. Okay. Da geht mir ein Licht auf. Okay. Ah, okay, jetzt sind wir in so einem Dunkelkabinett-Dingens. Okay, ich weiß, das Geräusch ist nervig, aber es ist effektiv. Okay, ich kann auch einfach anbleiben. Bisher habe ich nichts entdeckt, was ich vergessen haben könnte. Gibt bestimmt eine Mission. Oh, könnte eine Mission sein, diesen Weg abzulaufen, ohne einmal das Licht einzuschalten. Wäre eine coole Mission, muss ich aber gestehen. Nice. Ist das ein verstecktes Essen von Geistern? Nein, schade. Aber die Mission wäre cool, ohne Essen. Äh, ohne Licht. Ich sehe da, genau, ich wollte gerade sagen, ich sehe da was. Ach, scheiße. Ach, komm. Nochmal. Weil man sieht ja was, also es ist ja nicht so, dass man nichts sieht. Das könnte man alles ablaufen, ohne einmal Licht zu machen. Ah, der geht immer nur auf mich, der macht immer nur Auge, wenn ich Licht mache. Hier scheint es richtig weiter zu gehen. Nehmen wir mal den anderen Weg. Hier ist nämlich auch noch was. Noch eine Kapsel. Noch eine Kapsel. Ah, jetzt sehe ich das erst, dass man da durch kann. Huch. Habe ich gar nicht realisiert. Okay, hier muss ich kurz ausspucken. Haben wir eh schon Boomerang. Ist das jetzt jedes Mal so eine Challenge, wo du nur einmal treffen kannst? Wobei, hier wäre es wahrscheinlich möglich, rein und raus zu gehen, ne? Hier kann man wahrscheinlich rein und raus zu gehen. So. Hier ist ein Geheimweg. Aha. Erwischt. Jetzt würde mich nur interessieren, kann ich die eigentlich erledigen? Nein, die sind also wirklich nur... Okay. Wir sind wirklich nur für sowas da. Da ist verstecktes Essen vielleicht? Yes. Das ist jetzt verstecktes Essen. Okay, na gut. Oh. Hoppala. Okay. Dann sollten wir den Abstand auch geschafft haben. Ja, jetzt muss ich eh ablegen. Das sieht mir fast wie ein Kampf aus. Nee, kein Kampf. Okay. Alles bisher normal. Okay, was wird das jetzt? Ah, das sah erst nicht so aus wie ein Dings, aber hier ist eine Truhe. Achso. Achso. So ein Ding ist das. Aber jetzt ist hier die Truhe. Nice. Okay, das war ein lustiger Effekt. Man hat es zwar nach einer Weile gemerkt, aber es war trotzdem lustig. Ah, ich kann die Kamera ärgern. Jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier. Okay. So. Mach dich weg. Okay, hier ist nichts weiter. Okay. Okay, das ist wieder eine Wand. Okay. Okay, kann ja auch nichts machen. Okay, hier kann ich hoch. Äh, schon die dritte Kapsel in der Folge. Äh, in dem Level. Also auch in der Folge, aber auch in dem Level. Oh, die kommt wieder. Heißt das, ich brauch die? Das ist verstecktes S, ja okay. Kommt die jetzt auch nochmal, wenn ich sie eingesetzt habe? Ja. Okay. Die Frage ist, wo muss ich den Kugelblitz einsetzen? Ist das nur für hier? Oder gibt es da noch einen spezielleren Ort? Oh, Bosskampf und dann Kugelblitz, oder was? Nee, auch nicht. Hm. Ja, also hier ist echt. Also gehe ich kurz hier hin. Aha! Dann werden wir nämlich erstmal zur Dosenautomaten wieder. Dann haben wir hiermit noch was zu tun jetzt. Oh, jetzt kann ich die kaputt machen. Okay. Ja, dann ist das safe, eine Mission alle kaputt zu machen. Müssen wir mal aufpassen, dass ich nicht noch irgendwas anderes verpasse. Weil das Witzige ist ja, wenn ich jetzt nicht den Dosenautomat gefunden hätte. Ey, die könnte ich die gar nicht kaputt machen. Ja! Nein! Habt ihr es gesehen? Ich bin am Wotteldi vorbei. Aber zählt die Mission jetzt? Zerstöre alle Aliens mit Automaten? Ja, nice. Okay, passt. Aber ich bin schön am Wotteldi vorbei. Blöd, wie ich bin. So, komm her. Sehr schön. Gut, eine Mission fehlt noch. Aber hier ist zu Ende. Also, ja, die werden wir wohl verpasst haben. Ja, hier ist nichts mehr. Okay, ich bin gespannt, was ich hätte tun sollen. Achso. Ja, ich habe ja schon was vermutet. Ohne Licht einzuschalten, durch den Abschnitt laufen. Das wäre mein Guess. Ohne Licht einschalten, durch den Abschnitt. Schließe den Abschnitt ab, ohne Geist-Gordovs zu berühren. Ja, was sind Geist... Ach, hab ich! Sind das die Stachel-Augen gewesen? Wahrscheinlich, ja. Ja, dann haben wir das ja geschafft. Prima. Ja, nice. Ja, hier ist noch ein Level, wie ich es gesagt habe. Okay. Die Traumparade. Sehr schön. Ja, aber genau so habe ich mir eine Freizeit. Okay, und da kommt ein Stern. Bei der Achterbahn kommt zumindest ein Stern. Oh, da kommt auch noch ein Stern. Aber wisst ihr was? Dann machen wir jetzt erstmal schnell noch ein paar Straßen. Hier haben wir nämlich auch eine. Die Ringstopfer, Schatz. Das könnte eine Bootsfahrt werden, oder sowas. Weil bisher haben wir beim Ring eigentlich fast immer Bootsfahrten gemacht. Oh, oder Windräder drehen. Okay. Ja, Windräder drehen auch. Das ergibt auch Sinn. Nice. Wo bin ich? Okay. Mann! Scheiße. Scheiße! Ah! Zu selten die Lücken genutzt. Ah, schlecht. Was haben wir für eine Zeit, die wir schaffen müssen? Geschafft habe ich eine Minute. Was muss ich schaffen? Eine Minute! Nice! So gefällt mir das. So gefällt mir das. Sehr schön. So gefällt mir das. Okay. Ja, dann machen wir doch gleich weiter. Wo haben wir denn noch Sternchen hier? Außen nicht. Na, außen waren nur Münzen. Komm, dann machen wir den Achterbahnstern. Auch wenn das nur das Achterbahn-Symbol ist und wir hier nicht Achterbahn fahren werden. Wer wirft, gewinnt. Triff Bombenblöcke. Okay. Okay. Gebeck. Nein! Ich wollte gerade sagen, da machen wir das doch so. Ach, komm schon. Sehr schön. Okay, was muss ich schaffen? Eine Minute haben wir geschafft. Also 1,5 sogar. Äh, 55 meine ich. Okay, 10 Sekunden schneller. 1,5 sogar vor allem. Ja, wir sind halt bei 1,5 rein. So habe ich das natürlich gemeint. Okay, da muss ich ein bisschen schneller werden. Aber das sollte hinzukriegen sein. Ich hatte ja einige Stellen, an denen ich echt verpeilt war. An einigen Stellen war ich echt verpeilt. Ja, moin. Ich bin viel besser. Ja, viel, viel besser. Bisschen ungünstig, das dahinter zu machen. Aber warum eigentlich nicht? Okay, easy. Easy going. Sehr schön. Dann gehen wir doch gleich noch zum nächsten Stern. Rohrstoff. Ach ja, das war der Rohrstoff, mein Schatz. 40 Sekunden. Was kann ich da jetzt anderes machen, als zu rollen eigentlich? Okay, springen. Okay, fühle ich, wenn man über die Bomben geht, verliert man Zeit. Ach so, nee, doch, nee. Warum muss ich dann, wann muss ich denn dann springen? Ah, über die Lücken wahrscheinlich. Okay. Und um die Dinger zu bekommen. Ja, okay, okay, okay. Oh ja, I see, I see. Okay. Okay. Ui. Ähm. Oha. Der ist ja frech. Oh boy, das ist, das ist frech zu treffen. Okay. Okay. Ach so. Okay. Ja, okay, ich fühle die Schwierigkeit. Ich hab nix gesagt. Ist ja nicht grundlos, drei Sterne. Ah, ich wollte nochmal springen, Mist. Ja, da kann ich schon aufhören. Da kann ich schon aufhören. Aber da muss man wirklich sehr schnell hintereinander springen. Ich hab nix gesagt. Ja. Boah. Nein. Ich hab den letzten verfehlt. Oh, nee. Aber das würde klappen. Das wären die 40 gewesen. Okay. Also schaff mal zeitlich. Kein Problem. Ich darf nur die letzte Bombe nicht verfehlen. Das wäre ganz gut. Das wäre sehr gut, die letzte Bombe nicht zu verfehlen. Ha. Okay, nice. Sehr gut. So spät wie möglich. Und ab dafür. Nein. Ja. Das wäre es halt gewesen. Der Sprung muss halt sitzen. Sonst klappt es nicht. Das wäre es halt gewesen. Sehr gut Und Ich hasse das Das gibt es doch nicht Es ist so knapp Der Moment des Absprungs Es ist so knapp Ich will nicht zu bald Weil ich glaube dann reicht es nicht Ich will auch nicht zu schwach drücken Aber Frech Einfach nur frech Ich bin zu schnell Ich bin zu schnell Jetzt Yes So Okay Der letzte Sprung ist es wieder Ich springe das mal direkt Okay Passt Heieiei Aber hier nimmt man wenigstens die Hauptzeit auch gleich mit Wenn man es einfach nur schafft Das ist okay Das ist okay Das ist okay So Haben wir noch einen Stern Oder waren das alle aktuellen Das waren alle aktuellen Oder Ach hier ist noch einer Igelschatz Ein Stern Ja let's go 30 Sekunden Wo muss ich denn jetzt lang rollen Rollen und rollen Tatsache Einfach nur rollen Ja moin Nein Wo roll ich denn hin Ich trottel Hallo Hallo Und dann ist hier das Ziel Ja Okay Alles klar Gut Also einfach am Ball bleiben Also halt am rollen bleiben Kriegen wir hin Kriegen wir hin Let's go No 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 Ich bin schon wieder... Ich... Ich seh das nicht. Wie kann man sowas denn nicht sehen? Schon wieder. Aber diesmal hab ich mich noch gefangen. Okay, jetzt nur runter, nur runter, 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 runter. Go, 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 go. Nein! Ganz knapp. Ganz knapp nicht erwischt. Es ist so komisch zu steuern, wenn man in dieser Igelrolle ist. Okay. Jetzt passt alles. Jetzt passt alles. Oh Mann, oh Mann. Puff. Okay. Na, da haben wir noch richtig viele Straßen jetzt gemacht am Ende des Parts. Sehr schön. Dann sollte es jetzt aber gewesen sein. Lass noch mal gucken, ob wir irgendwo noch einen Stern haben. Weil ein bisschen Zeit wäre noch für einen Stern. Aber ich glaube, Sterne haben wir jetzt alle gemacht, ne? Ja, das sieht gut aus. Hier ist auch nichts Verstecktes mehr. Wieso? Okay, wieso wird es hier eigentlich dunkel? Ist hier nochmal ein Level, oder was? Oder gehört das zu... Ach, das gehört zu dem mit dazu, zu dieser Parade. Ah, okay, okay, I see. Das gehört zu dem ganzen Abschnitt. Ah, hier ist noch ein Stern. Ja, rein da. Zwei Sterne Schwertschatz. Ein guter Schnitt. Okay, die kann ich eigentlich ignorieren, ne? Ich muss nur weiterkommen. Und zwar immer da, wo die Kristalle sind. Das war die falsche Seite, aber macht nichts. Erstmal geht es ja nur um Schaffen. Okay, Kristall ist auf der Seite. Geht mir da auf den Nerv. Ah, muss jetzt alles Seile lösen, oder was? Ach so, ja, okay. Ja, blöd. Ah, lol. Und der Port bringt mich dann... Okay, wenn ich die Dinger mitnehme, dann muss ich nicht... Okay, I see. Okay, fast geschafft. Ja, easy. Kriegen wir hin. Wenn ich alle Kristalle mitnehme, kriege ich einen Port am Ende. Und muss nicht hinlaufen zum Ziel. Sehr gut. Ich habe mich nämlich schon gefragt, ob die jetzt optional sind oder nicht. Aber dann wissen wir das jetzt. Ich habe mich schon gesagt, ob die K Na, ach so! Ach, das geht dann da drauf. Oh, das ist frech. Dann war das richtig vorhin sogar. Ja, mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also doch hier rüber. Ach so. Hallo! Hier könnt ihr mich alle malen. Danke. So, easy. Easy going. Sehr schön. Gut. So. Jetzt haben wir aber wirklich alle Sterne gemacht, oder? Ich hoffe. Zumindest alle, die ich aufgedeckt habe. Hier könnte noch was kommen vielleicht. Aber wahrscheinlich erst nachdem wir das hier gemacht haben. Dann nächstes Mal gibt es wieder vermutlich das Finale dieser Welt, weil bisher haben wir es immer geschafft, den Level zu spielen und danach noch den Boss. Ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und wenn man da da kann nicht, die Agostoねえ zu riskieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.